Und herzlich willkommen bei Lettles Party Up. Heute zeige ich euch, wie man eine richtig tolle Getört-Shop-Party macht. So, als erstes brauchen wir einen Tisch. Dazu braucht man auch noch eine leckere Torte. Ja, man kann auch einen Kuchen nehmen, wenn man das unbedingt möchte. Aber ich habe eine Torte genommen. Tadaa, da ist sie schon. Ja, als nächstes braucht ihr Teller. Die werde ich euch jetzt zeigen. Eine nach dem anderen. So. Als nächstes braucht ihr ein leckeres Essen, das sich Fast Food nennt. Ich habe Pizza genommen. Das ist doch Fast, Fast, Fast Food, Fast, Fast Food. Ihr könnt natürlich auch Chips nehmen oder Pommes oder was auch immer. Hauptsache, das ist Fast Food. Naja, zumindest glaube ich, dass man das macht. Juhu. Und jetzt braucht ihr Pizza. Nein, nein, Fast Food. Egal. Jetzt müsst ihr die Pizza-Stücke noch zurecht legen. So. Jetzt müsst ihr die Pizza-Stücke noch zurecht legen. Und so. Und so. Gut. Gut. Und so. Nee, aber davor sollten wir natürlich die Pizza-Stücke aufstellen. Und was jetzt noch fehlt, ist, ist, schöne Karten, schöne Karten. Ähm, ja, diese hier. Da steht alles drin, was ihr bei der Geburtstagparty machen wollt. So, jetzt backen wir den Kuchen nochmal. Okay, ich hab einen neuen Kuchen zu pappen. Nein, das ist ja kein Kuchen, das ist eine Torte. Juhu. Psst. Warte mal leise. Ja. Ja. Und jetzt? Kümmern wir uns darum, was man nach dem Essen macht. Kommt mit. Ich zeige es euch. Okay, jetzt geht es los. Als erstes braucht ihr ein kleines Tischchen. Ich mache nämlich einen Friseur-Dingsbums. Jetzt braucht ihr noch einen schönen Stuhl. So. Ja. Als nächstes brauchen wir... ... 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 Schleifchen, Spangen und so weiter. So. Ähm. Ja. Dann noch einen Spiegel. Der ist auch ganz wichtig. ... 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